was geht ab meine lieben freunde ihr seht rap tastisch heute geht es um den aktuellen kontostand von ufo 361 vor einigen monaten gab ufo offiziell bekannt mit rap aufhören zu wollen und sich erst einmal um seine familie zu kümmern so erklärte er seine absolute traumfrau gefunden zu haben und mit ihr viele kinder haben zu wollen aber reichen seine bisherigen verdienste tatsächlich aus um sich so eine auszeit bzw gar ein karriereende zu leisten der berliner ist bekannt dafür nicht gerade sparsam mit seinem geld umzugehen und seine einnahmen für teuren designer schmuck und klamotten von balenciaga auszugeben alleine seine diamant besetzte rolex kostet ihn 40.000 euro wir in seiner aktuellen instagram story jedoch verrät sind all diese ausgaben kein großes ding für ihn in seiner langen antwort gewährt ufo einen kleinen einblick in seinen kontostand und gepreist dass er es mittlerweile geschafft hat millionär zu werden durch seine kommende tour dürfte sich diese summe noch einmal deutlich vergrößern so dass der gold rapper sich so schnell wohl keine gedanken um seine finanzielle zukunft machen muss was meint ihr zu ufo schreibt uns eure meinung in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen hoch und ein abo da in diesem sinne bis zum nächsten mal bei rap tastisch